Hier auf Twitch und auch später auf YouTube. Aber es geht ab. Perfekt. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Mein Name ist Ryder und wir werden heute im Livestream ein bisschen Prototype spielen. Und für die Leute auf YouTube, ihr werdet das in paar Stühle-Stunden auf YouTube sehen. Hi. Wie viele Dinge haben wir? 56.000. Ich wollte, glaube ich, sparen für das Movement. Launch by an Explosion or Attack. Aha. Das wird heute wieder ganz entspannt. Uh, Jump Upgrade. 100.000. Wild Jump. Let's. Aber wir werden sowieso gleich die 100.000 bekommen. Okay, Wild Jump also. Okay, dann machen wir das. Wir werden erstmal die Mission starten. Ganz easy. Eine Netzwerke von Detektoren. Wenn sie mich tracken können, können sie Dana tracken. Stopp, die Militär. Okay. Moin. Geht auf alle Freunde. Hä? Oh, nicht aufgeladen. Du bleibst hier. Oh. So. Oh, nochmal. Und zack. Oh, ich bin ja noch die Frau. Vor dem letzten aufgenommenen Part. Und weiter geht's. Es hat tatsächlich schon ein bisschen Spider-Man-Vibes, ne? Oh, ich muss noch ein bisschen Leben auffrischen. Noo. Oh. Hey. Nee. Oh Gott. Du kommst jetzt mal ja. Mach nämlich dein Leben. auch der Kumpel so easy er mag er sehr mag er es ist die Blut ich glaube dafür braucht es nicht klingen die die knochenpeitsche die web ist aber auf jeden fall die wird ja kommt die kopter schwein es geht ab hier ist niemand mehr im leben so das du nobel Und tot. Oh. Oh, da war... Hey. Da war ich so toxisch hier. Ah, kacke. Ja. So, jetzt aber bei allem. Das macht nicht viel Schaden. Nee, okay. Dann gab's halt die hier an. So, wieder Whip ist die Jünger. Und tschüss. Ach man, diese verdammtige Kopter, die wir so auf dem Sack, ne? Und ja. Ja, wahrscheinlich ist die oben einer. In Possession. Ich geb den Tipp, Helikopterpilot. Wenn jemand Utatenkräfte hat, kapiss ich von ihm. Moin, Freunde, was geht ab? Oh, sorry. Ja. Hey. Was soll das? Oh, he lost control, Freunde. So, wo's mit dem Nächsten hier? Nein, Nobel. Da muss ich mich mal kurz hin. Oh. Leute, ich will euch nicht töten. Auch wenn ich mir nicht glaube, ich bin, Bruder. Du bist tot. Dann ist der Nächste. Da fliegen wir mal ganz gut sind, Freunde. Moin. Ich will euch zwar nicht töten, aber das heißt nicht, dass ihr mich töten dürft, ne? Verdammter, Helikopter. Alright. Oh. Leute, wir haben die... Du hast die Schnauze, du hab' Fleisch, hast nach Zaka hier. Ganz nervig. Ich bin weg. Bin weg, de. Ich möchte es nicht lutschen, danke. Ich möchte in den nächsten zwei Stück zerstören und eventuell noch ein bisschen Leben. Oh, du, du bringst mir Leben. Oh, du, du, du... Geben, dein Leben, mein Freund. Dankeschön. Ja, ich peitsche dir den Arsch voll, Junge. Nein. Oh, 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 oh. Und, weiter geht's. Keine Möglichkeit vortauschen, Freunde. Das ist Tornado Leader, request in Clarence to engage. Ja. Lass mich in Ruhe. Du, älst der Maul, oder? Du, wirst zerschlitten. Ja, you took the hit, Alter. Das ist wie ein Schämpchen, das ich um. Get tookt. Getaked. Na, du Nudel. Dann ist noch einer. Kurz aufladen. Oh, du, rüber damit. Oh Gott, hier. Ah ja. Dass sie keinen Schaden macht. Da wurde ich, glaube ich, ein bisschen mehr zu schnitzeln, als ich gar nicht hätte sollen. Das ist ein Schaden. ...gebtec building in Midtown Manhattan. Was initially thought to be a chemical spill was actually a biological attack on the city. Authorities have named Dr. Alex Mercer as the Chief Suss... Sir? At ease, Captain. Director McMullen, share your data with the Captain. Perhaps it will help him complete his mission. Mercer, uh, Zeus, rebuilds on a cellular level. A shapeshifter. We've used the DNA sample you recovered to synthesize a pathogen. Inside Zeus, the pathogen will generate a possible cure. Do you understand your mission? I'm to inject the weapon into the target, Zeus, and bring him in. Sir, with respect. All indications are that... Mercer isn't a he. It's an it. I will debrief you, when you complete your mission. Dismissed. The Captain always did have difficulty seeing the bigger picture. Yeah. Oh! Nakame. Oh, tschüss. Ihr Trottel. Alter. Gut geschossen. Mission complete. Nice. Ein Event anlocked. Okay. Die Zivilisten... Das war geplant. Das war natürlich nicht geplant. Upgrades. So, jetzt haben wir die 126.000. Das war die 126.000. Jonas auf jeden Fall den hier. Weil sonst kaufe ich den nie. Charge fast. Ja, das ist völlig... Das ist geil. So, was? 80.000. 130.000. 80.000. Uh, wir müssen ein bisschen... 26.000. Damit kann ich mir nichts mehr kaufen, ne? Ne. Okay. Okay, dann gehen wir zur nächsten Mission. Abort Pursuit. Turn the base. Gackabole. Oh, die nehmen wir... Oh, Gott. Häh. Und zack. Was ist das? Ein Hinweis. Ich die beiden kombiniere. Zack. Noch ein Hinweis, Freunde. Es geht ab. Okay, wenn ich springe, bin ich schwerer zu treffen. Das ist ein Hinweis. Den akzeptiere ich. War da vorne noch ein grün-blaues? Ne. Aber ein Liedernis... Das habe ich doch genau gesehen. Irgendwas mit greifen. Oh, cool. 10.000 XP, weil... Okay, jeder Hinweis ist jetzt 7.500 wert. Also, nehm ich, ne? Das wusste nicht. Moin. Und die müssen wir uns starten. Ich glaube, ich kann dich nahe, McMullen. Die News hat eine Endless-Loop-Loop-Lacht-Scientific-Teams-Türnig-Up-At-Hives. Diese Teams müssen für McMullen arbeiten, richtig? Wenn sie sind, dann muss man einer von ihnen wissen, wie er zu kommen wird. Geh in eine dieser Bereiche und schreibe McMullen in. McMullen ist der Schlüssel für all das. McMullen. Bei mir, älterst du erst, McMullen. McMullen hat eine Forschung. Er weiß, was mit mir passiert. Ich muss ihn rausbekommen. Die, der Boden ist auf jeden Fall nicht safe. Da ist ein Panzer. McMullen. Wo bist du, du Schwein? Ich folge einfach dem Pfeil. Das ist eine Arena. Cool. Moin. Induriert den fliegenden Typen. Ich bin einfach, ich bin Vogel. Ein Vogel, der gerade live ist. So, McMullen. Wo steckst du, du kleiner... Penner. Hast du Angst vor dem, was du erschaffen hast? Oder so weiter, ne? So. Hast du Angst vor dem, was du erschaffen hast? Fertig, ich muss mir gleich noch ein bisschen Leben holen. Ich hoffe, McMullen ist nicht im Mittelpunkt dieser Mühe. Fertig, ich muss mich nicht in Kommandor konsumieren. Also erstmal nehme ich dich. Ja, Kollege. Kollege Schweinefuß. Ich freue mich dein Leben, Mann. Hallo, Zombies. So, ein Kommandor. Oh, da ist noch einer. Ah. Sausack. Und nochmal konsumieren. Wir haben schon wieder 70.000. Moin. 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 Oh, die Erfahrung. Oh Gott. Na, komm her. Du Sau. Zombies. Was wollt ihr von mir, ne? Bist du weggeschnüttet werden? Kein Problem. Kommt hin, ihr Schweine. Dann transmit. Ja. Wir haben. Wir hatten. Und ja. Wir hatten. Diab.